Heute haben wir von der Firma Rolfstone den Nova bekommen, ein kabelloser In-Ear-Kopfhörer. Wie er so klingt und was er kann, zeigen wir euch nach dem Intro. Im Lieferumfang dabei ist die Anleitung wie gewohnt, das Ladecase, der linke und der rechte In-Ear-Kopfhörer, das USB-Kabel und natürlich verschiedene Orpass-Stücke. Auf diesem Weg auch vielen Dank an die Firma Rolfstone, die so freundlich war uns den Kopfhörer kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Hier zeigen wir euch den Kopfhörer jetzt mal etwas vom Nahen. Er ist sehr, sehr schön verarbeitet. Er fässt sich vor allem sehr gut an. An der Außenseite des Kopfhörers habt ihr auch das Bedienfeld. Darüber könnt ihr natürlich steuern, Start, Stopp, die Musik, nächster Track oder letzter Track. Ihr könnt natürlich auch Telefonate annehmen und auch auflegen. Wenn euch das Video gefällt, vergesst bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Die Akkulaufzeit beträgt circa 5 Stunden und über das Ladecase könnt ihr den Akku des Kopfhörers viermal wieder vollladen. Der Kopfhörer ist in ungefähr 50 Minuten komplett aufgeladen. Die Ladestation braucht circa eine Stunde, bis der Akku vollständig geladen ist. Das Ladecase ist so klein, dass es wirklich in jede kleine Tasche hineinpasst. Geliefert wird der Kopfhörer in einer sehr schönen Verpackung. Sie ist sehr hochwertig bedruckt. Man sieht dort schon außen abgebildet, was alles dabei ist. Das Markenlogo, Rolfstone und natürlich auch der Name Nova wird hier schön hervorgehoben. Das Modell verfügt über Bluetooth 5.0 Standard und in beiden Kopfhörern ist ein Mikrofon eingebaut zum Telefonieren. Außen an den Kopfhörern ist eine farbliche LED dran, sodass ihr seht, wann er verbunden ist. Unser Fazit lautet Daumen hoch für dieses Produkt. Für 80 Euro kriegt ihr hier einen super Kopfhörer, der echt bequem im Ohr sitzt. Klanglich hat er super gute Höhen und im Bassbereich geht auch einiges ab. Rundum gesagt, ihr könnt den Kopfhörer gut und gerne kaufen. Die 80 Euro sind es echt wert. Wir hoffen, wir konnten euch mit dem Video einen guten Eindruck. Wenn ihr Fragen noch dazu habt, stellt ihr uns natürlich ganz einfach in die Kommentare. Wir antworten sie wie immer sehr, sehr schnell. Nutzt gerne zum Kaufen in unserer Infobox den Link, den wir euch dann einblenden. Vielleicht können wir euch auch noch irgendwelche Gutscheine besorgen, die werden wir euch dann auch noch da mit reinbinden. Abonniert natürlich unseren Kanal, unterstützt uns, gebt uns Likes und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut! Tschüss! 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 Tschüss!